Nur sehr wenige erkennen, um welches Land es sich hier handelt. Heute ist das nächste Land für unsere Weltkarte dran. Zuerst zeichnen wir die Flagge und anschließend mischen wir die Farben. Und am Ende malen wir das passende Land mit der entstandenen Farbe aus. Nun, aber um welches Land handelt es sich? Und außerdem, welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir diese Farben miteinander vermischen? Dafür gebe ich euch einige Tipps. Am Ende ist ein leuchtendes Pastellblau entstanden. Außerdem ist die am Ende entstandene Farbe ein bekannter Rallton, den wir alle kennen. Es handelt sich um diese Farbe. Lichtblau. Und genau jetzt malen wir das passende Land mit der entstandenen Farbe aus. Wir haben eine Weltkarte an unsere Wand gezeichnet und nach jedem Farbmischvideo malen wir ein Land aus. Das Coole an diesem Projekt ist, ihr könnt entscheiden, welches Land als nächstes drankommt. Dafür müsst ihr einfach nur kommentieren, welches Land ihr als nächstes sehen wollt. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, unsere Videos fleißig liked und auch teilt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Welches Land sollen wir als nächstes mischen? Hmm. Ja. Ja.